Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haut lieber mir eine rein. Genau, haut lieber ihm eine rein. Stopp, halt. Wird das jetzt so ein Trailer, der alle lustigen Stellen verrät? Was willst du denn sonst zeigen? Langweilige Szenen? Ja, warum nicht? Es gibt doch bestimmt noch langweiligere Stellen. Ich fühle mich oft emotionslos. Ich glaube, dass sie sich sehr oft, wie soll ich sagen, emotionslos fühlen. Wahnsinn. Prima, sehr langweilig. Wieso sieht man eigentlich hauptsächlich mich in den langweiligen Szenen? Naja. Du bist nicht wirklich sonderlich, ähm... Sexy? Das ist klar, aber das meinte... Nicht sonderlich witzig. Ja, du bist nicht sonderlich, äh... Du bist sonderlich interessant. Ja, ja, genau, genau. Du bist nicht sonderlich interessant. Weißt du, was auch nicht sonderlich interessant ist? Deine Idee mit den langweiligen Szenen. So, dann mach du doch. Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig. Kapitalismus! Schweine System! Wir kommen! Hi. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier hab. Ähm... Kapitalismus! Ich bin Mister jumpin. Ich bin oder sie entsteht nicht? Ich binelier. T corners Jasperges. Vielen Dank.